So, verlassen die Hüten. Wird die Plümmelhaut. Was hat man eigentlich getrunken, bevor es alkoholfreie Mixgetränke gab? Klingt irgendwie komisch, aber äh... Äh... Du kannst zwar Ausflugzeichen Points eingeben, aber ich glaube du hast noch keine 100 Punkte. Deswegen kannst du noch keine 100 Punkte verspielen. Essen. Okay. Holz. Forschungspunkte. Wir haben 18. Das ist gut. Den einmal Unlock. Sehr gut. Und das nächste wäre ein großes Klage. Das habe ich wohl verpennt. Ähm... Das heißt, wenn wir gehen, könnten wir theoretisch recyceln. Den hier auch. Warte ich jetzt mal. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das sei schlimm. Sag... Ich bin ja nett ecc. Dieses Schiff hin. Wo ist unser Schiff? Sein Ernst? Geiler Typ. Der ist am verdursten, ist am verhungern. Trifft gleich instant ein. Weil er erstmal 5 Minuten an dieser verkackten Insel festhängt. Oh, bitte. Bitte, bitte. Oh Adrian, Sammy. Sammy. Jetzt erstmal was zu essen. Trinken. Jetzt kommt gleich wieder Platz hier. So. Sehr schön. Alles klar. Da. 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 Oh Oh Woher da blieb Ich hole jetzt hier mal ein bisschen Wasser an Oder was da fügt Ja Aber Wird so gerne einiges machen Ah Ist das Spiel gemein Das lässt einen nicht direkt so tun Wie man tun will Tun tun will Gerätten, tätten, tätten Tun, getan So Freunde Ja, er kann gleich mal abladen Ordnung Ich würde dann auch Ja, ein Haus bauen Eine Möglichkeit Aber für ein Haus habe ich nicht Keine Werte Wie man sieht Macht Keine Werte Okay Das Lager kostet Woher will ich denn ein Geteilt Okay Ich habe eins Ja Das macht natürlich Sinn Und das Und das Trocken Weg machen Nas Kochen Das wird nochmal Oh Junge Oh Junge 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 Oh nerves Meer oh er beginnt erstmal sonst hier irgendwo heute entweder entweder gibt es mache ich hier bin ich so jetzt haben wir wenigstens Plastik da freue ich mich schon mal sehr auch immer ich ok äh kann ein Bug ausbessen ah geht ab dann haben wir uns ein zweites Berg uns pro Schnauze voll dann können wir nämlich doch beides laufen auf Plastik ähm was waren die denn da yo wo die braucht weniger Schlaf ist aber vor Erschöpfung wo gegangen hm zu weniger Schlaf ah ne ja 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 machen wir das doch damit wir wieder mehr nach ich kriege ziemlich nicht 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 Okay. Das ist okay. Plastik Plötzlich fehlt ein Plastik Plastik Da wird das Lagern Oha Och Ich hab dich schockiert... drei punkte haben wir dann können wir erst mal nix anfangen das heißt wir brauchen noch ein Bett brauchen wir noch ein Bett hier sieht der Bauplan aus oh 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 damit habe ich nicht gerechnet Fischi 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 ok ja 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 ok gleich verstehe condensiert nach oben tropft hier bla 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 ja 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 Däumchen ich bin hier wie doof oder was ja bin ich fichtlich aaah hab ich nicht aufgepasst hier zack Kinder äh weiter Däumchen drehen muss er nun wirklich nicht Das wird jetzt eine ganz knappe Nummer mit dem Essen Okay Okay, okay Die nach Sinn Cool, cool, cool Alles cool Alles cool, alle cool bleiben Oh weh So schnell kann eine ganze Siedlung An Hunger und Durst sterben Hm Scheiße Ähm Ich meine hier ist ja jetzt theoretisch Auch Alles fertig Wenn ich Wenn jetzt hier hin Den Tieren Noch einen Dorfbewohner brauche ich glaube ich Also ich würde tatsächlich An Hoffnung Essen An Krempe gibt Und Eine Theoretisch Noch Reichlich Ressourcen Abseiden nur Schalf Pennt Seidnah 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 anzufangen hier essen Oh Oh weh Oh weh Seidnah Tschap So Untertitelung des ZDF, 2020